So, schönen guten Morgen. Unser Zug hat Verspätung, was soll man sagen? Hallo! Hallo, herzlich willkommen zu meinem Blog hier in Melbourne und das ist... ...Kelvin! ...Delicious Italian food. We'll update you when we get that. Hallo Leute! Ich laute den Weg, weil ich bin der Zugeführer. Guten Appetit, Anni! Wir wollten nach Hause fahren. Jetzt haben wir ein Dilemma. Kein Bus! Hallo Leute, wir sind hier beim Frühstück. Wir müssen uns beeilen. Wir haben noch 5 Minuten. Das war's, tschüss. Wie geht dein Maler weiter? Ich mach mal aus. Ich mach mal aus. Ich mach mal aus. Ich mach mal aus. Let's go! Hallo Leute! Willkommen zu unserem Blog von der Deutschen. Weißt du? Wir sind Heidi und Lara. Und jetzt gehen wir zum Team-Area aus. Was machen wir da? Und dann Tanz. Das ist so schön. Schön, schön, dass wir es manifestieren. Heute wird gefressen. Wer bist du? Die Lara Wie aufgeregt bist du? 1 bis 10? 10 Wie aufgeregt bist du 1 bis 10? Jetzt 7 Ich auch 5 2 7 von 10 6 aus 10 Du? 12 6,5 7 4,5 Und Michelle noch 11 Also der Durchschnitt 5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 Gleich Sieger-Euro. Marla, freust du dich? Ja, auf sein. Ciao! Oh! Can I try it? Boobie! Untertitelung des ZDF, 2020